Dann hast du den Handschuh vor der Öffnung mit, dein Fuß, vor dem Loch darf nichts sein. Mein Name ist Matthias Deutleff, als Geschäftsführer der Jugendringe heute hier beim Weltkindertag des Landkreises Nordwest-Mecklenburg und der Hansestadt Wismar zu Gast. Da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drüber, dass trotz der vorhandenen Bedingungen wir diesen tollen Tag bei feinstem Wetter, also wirklich super Bedingungen, heute durchführen können. Mein Name ist Regina Stender, wir sind die kreative Handwerkkunst e.V. Wir unterstützen den Weltkindertag schon hier jahrelang. Uns gibt es seit zwölf Jahren schon in Wismar. Wir haben an allen Veranstaltungen der Stadt, unter anderem jedes Jahr am Weltkindertag, teilgenommen, weil erstens mal das für Kinder ist und wir das gerne gemacht haben. Ich bin Tim, ich bin hier der Praktikant beim Stadtjugendring im Weltspieltag hier. Und das ist ja was ganz Besonderes, jetzt dass wir das zu Corona so umsetzen konnten und hoffen noch, dass alle viel Spaß haben und noch viele Leute kommen. Ich bin Tim, ich bin hier der Praktikant ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017